Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Kinder, kommt! Wir müssen los zu Omas Hochzeit. Ja, wir kommen! Super, dann können wir ja los! Luna, Marlene, Ella und Holle und Lukas, ihr seid gleich die Blumenmädchen und der Blumenjunge. Okay, kommt! Wir stellen uns gegenüber von den Sonnenbrauts. Hallöle, Adrian, Alma und Lena, wie geht's? Gut, und geht es euch gut? Ja, uns geht es gut. Hallo, wir sind Malik, Leo, Lotta und Theo. Wir sind die Enkel von Heinrich und unsere Cousinen und Cousins kommen auch noch. Hallo, wir sind Hannah, Sarah und Luca. Wir sind die Enkel von Heinrich und die Cousinen von Theo und seinen Geschwistern. Hallo, wir sind Clara, Mina und Anna. Wir sind die Cousinen von den Sonnenbrauts und den Schmuckkörbchens. Komm, Heinrich, gleich geht es los. Yo, ich komme, Schatz. Och, wie schön. Danke, Kinder. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil Meike und Heinrich heiraten. Meike Enzian, möchten Sie Heinrich Steierkraut lieben und mit ihm das Leben verbringen? Ja, ich will. Heinrich Steierkraut, möchten Sie Meike Enzian lieben und mit ihr das Leben verbringen? Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Juhu, Opa ist wieder verheiratet. Wie cool. Ja, komm, Omi. Wir müssen tanzen. Ja, Mina, ich komme. Heinrich, komm, lass uns tanzen. Ja, Schatz, komme. Alle herschauen, jetzt kommt der Hochzeitstanz. Omi, du siehst wunderschön aus. Danke, mein liebes Marlenchen. Gerne, Oma. Malik und Tana, wollen wir unsere Handynummern austauschen? Gerne, Ella. Klar, können wir gerne machen. Judith und Rieke, wollen wir Mama unser Geschenk geben? Ja, kommt, das machen wir. Alle mal bitte zuhören. Mama, du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Darum schenken wir dir einen Mama-Spezial-Tanz und eine kurze Fotoschau. Untertitelung. BR 2018 Danke, danke, ihr drei. Das war voll lieb von euch. Papa, du bist der Beste. Auf der ganzen Welt. Darum schenken wir dir einen Papa-Spezial-Tanz und eine kurze Fotoschau. Danke, ihr zwei. Das war wunderschön. Das war eine schöne Hochzeit, Schatzi. Ja, Schatzi Mausi, war es echt. Hallo zusammen, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war eine schöne Hochzeit, oder? Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.